outfit check mit den jungs let's go ich fange an ich bin chris ich habe eine lederjacke dieses durchsichtige t-shirt anzugshose und schuhe hohe schuhe legster kommt gaius ich bin gaius seidentuch vintage sonnenbrille bag lederjacke tank top stoffhose ist nicht aus weiter weiter stoffhose luffa tasche sonnenbrille kappi seitenhose die rohschuhe oba shirt und ein tank top was was